jo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal heute ziehen wir den gewinner des monats giveaways und zwar gab es dazu gewinnen eine akka 74 neon revolution zeig es euch noch mal kurz da ist das gute stück zwar lief das giveaway ja über gleam.io da werde ich jetzt auch sozusagen live rechnen gewinner ziehen und ja wir werden das video einfach kurz so knackig halten damit das unnötig wäre wenn das jetzt in die länge ziehen würde so 87 leute haben an dem giveaway teilgenommen der gewinner von den 87 leuten ist holy guacamole glückwunsch an dich bitte schreib mir deinen trade ul in die kommentare oder schick sie mir schreibt mir dazu bzw ich werde dich auch anschreiben je nachdem jetzt halt wer schneller ist von uns zwei der skin bzw der preis geht es dann am wocheende raus und ich weil ich jetzt dann vorher keine zeit habe so das war dann mal dazu dann an den rest ich habe mir noch überlegt ich werde vielleicht auch ein zweites giveaway also ein kleineres giveaway machen für dieses monat aber wenn ihr als sage ich mal 30 daumen hoch auf das video also dann könnte ich mir einreden lassen dass ich dann noch ein kleines giveaway mache zusätzlich ansonsten war es das ja dann auch wieder wie gesagt ich mache das kurz und knackig und ja könnt mir ja in die kommentare schreiben was ich raushauen soll so als klein ich hätte ich war ja überlegen ob eine akka red line oder sowas was ich jetzt irgendwo vor kurzem gewonnen habe oder gezogen habe ja genau das wäre zum beispiel dieses stück hier ansonsten ja wie gesagt könnt ihr mir in die kommentare schreiben und dann könnt ihr mir ja noch ein album verlassen um keine weiteren videos mir zu verpassen oder auch giveaways mir zu verpassen dann sage ich euch auch ciao bis zum nächsten mal euer alex bis zum nächsten mal